Ja, aber ich weiß nicht, wie viele Fests wir gemacht haben. Oh, wir sind gut gespawnt, John. Ja, gut. Denk wieder an die Scavs. Sie sollen an mich denken. Ich glaube, sobald der Raum offen ist, kommen die Schweine auf. Ich bin aus armen Löchern gekrochen. Hä? Hä, habe ich das schon gemacht? Sag mal. Ja, aber ich bin noch draufgegangen. Vielleicht zählt das trotzdem, wenn du hier drin warst. Keine Ahnung. Das ist ja weilens nicht. Ist es doch? Ob der ihn da, da wegen... Hä? Das liegt nicht da, das Ding. Oh, das liegt woanders. Das kann auch sein. Aber eigentlich ist nur ein Bild da. Warte, ich gucke nochmal schnell. Das hat ja dynamische Spawns, das Ding. Nö, eigentlich nicht. So wie alles andere auch. Nö, nö. Hat es nicht. Oder, warte mal. Ach doch, zweiter Spawn. Ah, ich muss weit runter scrollen. Mann, da brauchen wir die Bilder. Sonst machen sie die Bilder nebeneinander. Und dann... Es kann ja überall liegen. Es kann da liegen. Es kann... Da liegt's. Da liegt's. Ha. Oh ja, danke. Danke für den Tipp. Haben wir es aber gut gemacht. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Achtung, Skeff. Latscht der Trasen rum. Bring ich um? Ja. Du ihn oder... Ich... Okay, du ihn. Oh. Ja. Schon bricht die Panik raus. Äh, ich will da raus mal was essen. Wir können die Skeffs erschießen. Irgendwas ist rausgepisch gelaufen. Schon? Sagt gar nichts? Ich bin hier links. Ah, okay. Ich dachte schon nicht, dass du hier wieder aus dem Fiskor kamst. rausgeflogen bist. Nee, nee, nee. Was ist er denn nur? Das... Wird er da hinten oder was? Hm. Man sieht ihn halt nicht. Doch, da hinten. Minus. Was ist denn? Genau so. Ist der Ruhm so rausgelutscht oder was? doch dass das die treppe hoch so jetzt ein panzer der ist gleich hier was gefischt draußen kraft ist da raus gekommen der hund ich weiß gar nicht in welche richtung rennen müssen das ist zurück da ist der panzer so geht es jetzt hin ah ja okay jetzt müssen wir eigentlich wieder zurück auf die baustelle dann runter sagt er ab wenn er fertig ist mit marken schon du brauchst jetzt nur noch einen panzer dann hier zurück der macht ich bin hier an der hütte drin jetzt schon ich versuche mich einmal kurz weil der wird uns gleich hinterlaufen ich habe keinen bock da braucht ich werde mich schon mal hier hin wenn er kommt dann sprach ich den weg von der seite wer zündet denn der hättet wieder wieder nicht blei wo bist denn du ich bin hier hinter dem container noch aus dem komfort wo ich ihn erschossen habe gerade hier er rennt oder er hat mich er ist am zauern immer noch ich bin am lkw vorne ich bin am lkw vorne ich hab ihn er dachte es waren zwei aufpassen ja einen habe ich ja gehabt der zweite war direkt am durchbruch ich komme jetzt vom durchbruch rein ich bin wieder in den baucontainert ich bin äh licht ist von mir ok ok da muss ich mich erstmal zusammenflicken und meinen 60er mac wieder vollklippen das ist also 60er mac also ich pack mir schon mal in der zeit vom blei die sachen weg da schwöre ich stein und bein drauf die kette war von dir ne gute dienste geleistet mhm mhm du liebst die kette ja mit der muni mit der muni übel gleich mhm thank you mhm 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 fahr mal doch irgendwo hin und zieh seine an genau ja mach ich auch gerade sah mich vor hinter uns hat es geschossen irgendwo ja mhm 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 ja wir müssen ja eigentlich runter zum hotel ja let's go let's go naja aber jetzt noch nicht jetzt müssen wir erstmal den panzer noch holen ne ne jetzt müssen wir erstmal hier drüben in die hütte rein wir laufen hier an der wand lang ja rechte seite irgendwo muss ich hin was rechte seite movement mhm mhm oje ja hier der dat das ist auch ein richtig gutes Haus zum looten ja mal da hab ich auch die Schlüssel so hier in der ecke liegt Essen und Trinken da in der ecke liegt Tagspot Tagsporn so jetzt muss ich hier mal gucken wo es hier weiter geht wo musst du hin muss ich mal gucken ich weiß es ja nicht kann es ja nicht sagen in den Raum halt so da rein ich geh da mal weiter hier ein bisschen duten ne jetzt ist der schon wieder auf dem Flur was ist denn hier ein Flur alter Essen und Trinken habe ich hier gefunden en masse ist das der Flur den er meint das hier ist der Flur den ihr wahrscheinlich meint hier da muss Kritzelei und eine Feuerlöscher an der Wand sein irgendwie ja ja hier vorne ist es hier direkt rein ja ja also mein Weg wäre jetzt hier dann hier ja ja dann zweite Etage ok ah ist doch auch die Quest hier geh ich einfach immer nur looten ach so ja hier hab ich die die gate door keys du bist du ach ne das aufbrechen du musst von äh von hier oben musst du runter jumpen um das aufzutreten ja so ist da runter wo ist das Runterspringding äh ganz hinten links so warte jetzt muss ich mal gucken wo muss ich da noch hin oah ey wieder irgendwo in einem anderen Raum noch mal wie die das hier gemalt haben So, jetzt nochmal zurück. Ich spring da runter. Warum die nicht den Pfeil aus ihrer Sicht gemacht haben? Ich verstehe das nicht. Okay, was ist der Raum jetzt hier? So, und das war's jetzt. Muss ich noch was holen? Da, da, okay, das war's. Was ist alles? Ich muss mal gucken, ob es abgehakt ist. Task, wie ist denn der Scheiß jetzt? Oh, jetzt habe ich es wieder vergessen. Von Bravo, irgendein Mist. Ah, Chloe, Chloe. Okay, ich muss nur noch entkommen. Ja, ich muss einmal kurz höher nachzudieren. So, ich bin da drin, so. So, vor allem. Dann war die Schüche schon mal offen. Wir müssten eigentlich auch nochmal... Äh, jawohl. Äh, wo geht's denn hier raus? Hier geht's nicht raus? Hier vorne, hier, hier, hier. Ah, da. Rüber in das andere Gebäude. Platz für Skybridge. Okay. Alter, ich habe mich verlaufen. Ja, hier ist richtig. Also, hier, wenn du nächstes Mal hier vorbeikommst, hier auf dem Tisch und hier drin ist es auch Rare Spawn. Da können goldene Sachen spawnen. Hier kann links Tag spawnen. Hier auf dem Tisch. MDs und sowas. Hier hinten gibt es Essen und so. Okay, gut. Gut zu wissen. So, wir müssen jetzt hier links runter. Hier bist, glaube ich, vorbeigelaufen. Ja, hier sind wir reingekommen. Ja, Rob, wir müssen hier raus. Also, du willst auf die andere Seite raus. Okay, ich verstehe. Ja, wir müssen noch zu dem... Okay. ... zur Skybridge. Natürlich, glaube ich, schon nackt, das schmeckt genug. Ja, du jammt. Hier weiter vorgucken. Du rennst? Nee. Ich glaube, der ist an mir vorbeigerannt. Wo bist du jetzt schon? Nicht, dass ich erschieße. Boah, hier ist voll mit Gästen draußen. Hier ist noch einer reingekommen. Ich bin hier. Ich komme jetzt wieder zurück zu dir. Also, du bist hier jetzt erstmal frei gewesen. Also, hier ist keiner drin. Okay, wir müssen... Hier sind wir, glaube ich, auch falsch. Komm raus. Ja. Wir müssen noch eine Tür weiter rennen. Oh, ich bin jetzt rausgegangen. Ah, okay. Müssen wir hier rein? Nee, hier geht's nicht. Hier ist, glaube ich... Hier ist, glaube ich... Das war ein anderes Gebäude, das war ein viel breiteres Treppenhaus. Ah, okay. Dann müssen wir noch... Müssen wir noch rüber und ein anderes... Ja, falsch. Können wir hier durchlaufen? Nee, ja. Ja, habe ich auch schon versucht. Ich habe keinen Durchgang gefunden. Nee, geht nicht. Wir müssen doch wieder raus. Mist. Frisch. Open. Also, Pinewood ist gegenüber von uns. Hä, ich bin hier in einer Apothekenbude gelandet. Ja, ich auch. Ich auch. Neben dir. Hier müsstest du sein. Ja, hier bin ich. Gibt es nicht mal Apothekenbedarf hier in diesem Scheiß... Gibt es nicht mal zu eins, stimmt der hier rum. Ja. Traurig für eine Apotheke. Ja. Wenn wir jetzt einen IFA kennenlegen können oder einen Käse. Irgendwas. Ich habe einen Disconnect. Nein. Ich hasse dich. Alter, nein. Und du stehst auch mitten auf dem Weg. Echt ekelhaft, ja. Alter, ich kann dich hier nicht beschützen. Ich weiß... Nein, das macht nix. Benutz mich einfach... Benutz mich als Bait am besten. Wenn mich einer abknallt, knall ich ihn dir nach ab. Wir müssen doch noch deinen Panzer markieren und alles. Ja, ja. Aber ich sage ja, wenn ich nicht vorher kommen kann, dann... Einfach die Ruhe bewahren. Soll ich mich abknallt, dann knallst du ihn ab. Ich weiß auch nicht, was das ist mit Streets, ne? Immer auf Streets bei dir, Alter. Mhm. Mitten und auch noch in unter der Lampe, Alter. Mhm. Ich wollte gerade noch gucken, ob ich die Lampe ausschießen kann. Aber warum du da auch hingelaufen bist. Ja, das verstehe ich auch nicht. Alter, die werden dich doch nicht jetzt nicht auf die letzten zwei Sekunden noch abknallen. Hey, warum braucht ihr denn das so lange zum Reinscheinen wieder? Verstehe ich nicht. Zwei Minuten schon. Das war sonst eine Sache von 30 Sekunden. Ja. Verstehe ich nicht. Ansonsten, mach du dein Ding einfach laufweiter. Nee, erst gar nicht. Dann wegen mir dann auf dem Neues-Käse. Oh, wo bleibst du denn jetzt? Ich denke, du choinkst in zwei... Awaitings, ja, ja. Da steht Awaiting. Also, das Loading Loot hat er alles durchgemacht. Und nach Awaiting Season Start ist er eigentlich nur nach drei Sekunden drin. Aber jetzt lädt er schon eine Minute. Okay, jetzt hat er es, glaube ich. Jetzt hängt es komplett. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich wieder da. Oh, ja, geil. Na dann, auf. Und runter von der Straße, raus aus dem Helm. Hier war das, glaube ich. Hier müssen wir rein. Oder war das jetzt schon? Ja, genau, hier ist es. Richtig. Okay, hier. Hier ist eine Tür offen. Das war es, glaube ich, nicht, ja. Ja, hier ist es nicht. Wir müssen... Oder warte, warte. Ja, wir müssen von hier... Wann geht es dann noch her? Hier, hier. Hier ist die Sky Bridge. Genau, hier. Sehr schön. Hey, brauchen wir nicht mal einen Monkey, Mann. Hat schon einer aufgeschlossen für uns. Ich muss an ein Schlagzeug irgendwo. Schlagzeug? Ich suche mal mit. Ja, hier ist es. Hier rechts, rechts, rechts. So, und wo ist jetzt hier... Die haben wir doch erzählt. Ich muss hier was einsammeln. Oh, ey, die Quest gehen wir auf den Sack, Mann. Wie heißt denn das jetzt? Autophilie. Aufschließen, da hinlatschen. Dann... Ah, okay, es gibt wieder mehrere Möglichkeiten. Ah, okay. Da fängt es schon wieder an, ne? Genau. Vor dem Schlagzeug in der Tasse. Vor dem Schlagzeug in der Kasse. Tasse. Ach, Tasse. Ach, da ist es nicht. So. Dann irgendwo ein altes Radio. Old Radio. Ein altes Radio. Ach, hier. Hast du das? Nee, das Radio, ja, aber das Ding nicht. Aber den spawnen nicht, ja. Dann ein Schreibtisch mit einer Computer, das da vor. Ja, hier? Nee, okay, das ist nur ein Schreibtisch. Nee, das muss hier. Das muss der sein. Oder auf einer Box. Auf einer Box. Hier so eine Box, oder was? Na, hier so. Die hier. Ah, so eine Musikbox, okay. Nee, da ist es aber auch nicht. Da gucken wir mal nach noch mehr Musikboxen, warte. Zwischen einem Bücherregal und einem Stapel Bücher, hier. Oh, hier ist es auch nicht. Alter. Oder in einem Regal mit Blumen, da steht ein Karton. Hier. Am Karton. Nö. Hier ist es auch nicht. Alter, willst du mich verarschen, sag mal? Jetzt reicht es mir aber langsam. Oder in einem Nachtischschränkchen. Hier ist auch nochmal so ein Regal. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht mal dieses kleine gibt. Nee, hier im Nachtischschränkchen mit dem Bett. Links. Alter, gleich kriege ich aber die Kretze hier. Junge. Dann noch auf einem Tisch. Da steht ein Stuhl davor. Und da wie so eine Art Bild ist. Da hängt er an der Wand. Hier, hier, hier. Sowas hier. Das da? Ja. Da ist ein Spiegel. Hier ist es endlich. Alter, leck mich an der Arsch. Junge, Junge, Junge. So, dann können wir jetzt seinen Panzer markieren. Dann können wir einen Sittich machen. Ja. Den Sitt... Den Sittenstreu. Sittenstreu. Ich kann mir das nicht vorstellen. Du kannst die Straßenlampen nicht ausbauen. Ich habe doch selber einen Schalldämpfer drauf. Gar keinen Sinn. Ich würde es mal versuchen, ja? Doch, kannst du. Geil. Junge, wie geil ist das denn? Okay. Und dann Nachtsichtgerät benutzen, dann gönnt die Straßen dir. Die Straßen von Darkoff, komm mit. Ja. Hier ist dein Panzer. Oh, es wäre so geil, wenn wir das Exit jetzt hier unten hätten. Aber nein, warum auch? Genau, warum auch? Wie mir das Spiel will, dass ich etwas tue. Welche Lampe kann man in Darkoff bitte nicht ausschießen? Keine Ahnung, Nachtischlampe. Doch, im Shoreline zum Beispiel. Es gibt einige Lampen, die du nicht ausschießen kannst. Ja, bei Shoreline zum Beispiel, da die im Gang ist, die so übelst extremst blendet. Okay. Richtig gut. So, wie viel hast du noch? 16 Sekunden, wir können ruhig weiter. Ne, warte mal. Wer spielt schon kack Shoreline? Wir spielen kack Shoreline. Oh, geil. Ja, das ist sehr gut. Sehr gut. Wenn du stinkst. Ey, ein Haufen Quests abgeben können. Ich kann. Musamdu, grüß dich. Herzlich willkommen. Ja, Mann. Die, 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 ein, zwei Tage, wo wir da Streets gezockt hatten. Mit Benji? Da, ja genau, da wurde ich süchtig. Da wurde ich süchtig. Aha. Und den einen Tag, wo wir dann noch mit Dingens waren. Mit, äh, Blei. Wo du gesagt hast, lernt endlich die Karten. Ich werde alles klar, mach ich jetzt. Nämlich auf Streets die ganze Zeit gegangen. Ja, cool. Ich werde alles klar, mach ich jetzt. Danke. Vielen Dank.